Musik Hier in der Mathe steht eine besondere Schulanlage der Stadt Bern. Es ist nämlich die älteste, die noch im Betrieb ist. Sie ist jetzt zwei Jahre saniert worden und ich freue mich sehr, dass wir mit ihr das neue Schuljahr starten können. 158 Kinder werden nach den Sommerferien hier den Unterricht und die Tagesbetreuung besuchen. Daraus stehen attraktive Spielgeräte, die hoffentlich viele Kinder aus dem Quartier anlocken werden. Und schliesslich haben wir eine Wärmepumpe, mit der wir im Winter ökologisch heizen können. Jetzt wünsche ich allen Kindern, ihren Eltern und allen Lehr- und Betreuungspersonen einen ganz guten Start ins neue Schuljahr.